Hi, willkommen zurück und ich bin ein bisschen krank und wir machen trotzdem weiter. Das ist mir jetzt egal. Ich sitze hier jetzt mit meinem Schal und meinen schönen dicken Pantoffeln und wir gehen in die Möwenklippen. Ich hoffe, man hört nicht allzu sehr, dass ich krank bin. Uh, ja, so viel dazu. Ihr habt das nicht gesehen. Ich schiebe das jetzt auf meine Krankheit. Ha, ha, ha. Das mache ich. Na, du Vogel? Wegen dir bin ich runtergefallen. Und wegen dir auch fast. So, weiter. Ne? Ne, komm her, Vogel. Und der lässt erstmal einen... Oh, böse Möwen. Sehr böse Möwen haben wir hier heute. Ne? Überaus böse. Wow. Der war dick. Mal sehen, wie das hier weitergeht. Wow, wow, wow. Was... was... wie? Komm her, Mario. Ne? Ne? Oh, das sind mir zu viele Möwen. Wow. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, solange unsere Sterne noch nicht wieder voll sind. Wow. So viel dazu. Hoppla. Wir haben nur noch ein Leben. Was habe ich gemacht die letzte Zeit? Wahrscheinlich nur gefailt, wie es aussieht. Nein, 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 nein. Ich mache nicht nochmal denselben Fehler. Na, 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 na. Das war knapp. Das war sehr knapp. Ich brauche ein paar Eier. So. Wow. Boah. Arsch mich nicht. Kann doch nicht wahr sein. Blub. Hahaha. Der war cool. Jetzt haben wir wieder zehn voll. Das ist schön. Das ist wunderschön. Wey. Hehe. Na, bleibst du hier? Danke für die Sternchen. So. Ha. Ihr kriegt mich nicht. So. Moment. Warte mal. Okay. Hui. Ist das hier bald vorbei? Hua. Wie soll ich denn da hinkommen? Ihr seid ja lustig. Ja, irgendeine Möglichkeit wird es geben, aber ich will sie jetzt nicht rausfinden. Hui. Ach. Hier kann man... Ach so. Sagt mir das doch mal einer. Hui. Na. Gehst du weg. Hui. Hui. Wie sie mich alle hier attackieren wollen. Das ist nicht schön. Mh, mh. Ne? Nicht schön. Gut. Hui. Ja. Nah. So schnell kann Yoshi gar nicht schlucken, wie die hier angreifen. Das hättest du dir wohl so gedacht. Ah. Ah. Warte mal. Nee, doch nicht. Haha. Hätte ja sein können. Nehmen wir erstmal das mit. Da oben ist ein Ei drin. Warum ist da ein Ei drin? Wie soll man da rankommen? Da sind doch zwei Eier. Juhu. Speichering. Ein Flugzeug. Ich möchte so gern ein Flugzeug sein. Hier ist doch bestimmt was. Oder auch nicht. Hier ist der Tod. Fliegt wieder hoch. Danke. Wow. So viele Vögel. Äh. Ah. Rote München. Her damit. Blub, 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 blub. Weiß ich wo lang. Doch da noch. Ja, immer nach rechts, ne? Aber da. Noch mehr Rote. Wow. Und eine Sonne. Eine Blume. Eine Sonnenblume. Gib her. Gib mir das. Gib mir. Und nach unten sollen wir. Dahin. Hui. Sehr schön. Sterne. Ja. Uah. Weiter geht's. Speichering. Hui. Diese Vögel regen mich so auf. Uah. Du auch. Aber du bist mir jetzt egal. So. Und dann. Und dann. Hui. Kann ich die nicht einfach da wieder hoch? Ja. Hui. Hier haben wir Eier. Okay. Hui. Da sind Dinge. Oh, Mensch. Glück gehabt. Wie, ähm. Soll ich. Das denn. Okay. Nochmal. Diesmal ein bisschen schneller. Uah. Uah. Ich setz hier mal. Ein Safe State. Nur zur Sicherheit. Jetzt ist dieses Ding nicht da. Aber jetzt. What? Oh, schon wieder. Den sollte ich auch kaputt machen. Äh. Nein. Komm her. Komm. Her. So. Mit einem Ei geht das aber schlecht. So. Gib mir noch ein Ei. Nur zur Sicherheit. Okay. Ziel mal besser. Danke. Noch einmal. So. Jetzt ist er schon wieder da. Ja. Das ist. Das ist fies. Wee. Hopp. Uah. Hier rauf. Oder nicht. Oh. Reg mich nicht auf. So geht's natürlich auch. So. Und so. Häpp. Sehr geil. Ja. Oh Gott. War es das jetzt damit? War es das? War es das? Anscheinend. Ich habe null Eier. Komm mal. Her. Hopp. Her damit. Ich habe viele Städte verloren. Da ist ja auch schon das Ende. Und wie viel uns fehlt. Da haben wir wenigstens ein paar Sternchen mehr. Hm. Wenigstens das. Und wenn wir die Sonnenblumen gehabt hätten, dann, ne? Bonuslevel und so. Aber nein! Warum? Wieso? Das macht man so nicht. Das geht nicht. Naja. Weiter mit einem braunen Yoshi. Aha. 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 Über den Wolken. Nein. Oh nein. Ein bewegliches Level. Oh nein. Ich hasse es. Nein, nein, nein. Bewegliche Level sind unlustig. Ne? Du Geist. So. Jetzt kann es weitergehen. Da da da. Da 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 da. Da da da. Da 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 da. Wah! Allein deswegen. Geh weg. Oh Mann. Das ist heute wieder nicht mein Tag. Nein, nein, nein. Lalalalala. Aber ich gebe mein Bestes. Ne? Shy Guy? Nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Haha. Kann ich hier rein? Huch. Hallo. Ich warte erstmal so ein bisschen. So. Hi. Gib mir deine Babys. Meine Babys. Haha. Ah. Nein. Nein. Wir können auch nicht weggehen. Ich wollte eigentlich da hoch. Wah. Naja. Wah. Ich mag das Level nicht. Wah. So. Haha. Bist du doof? Bist du doof? Habt ihr sie noch alle? Geht weg. Aua. Nein. Oh Gott. Das ist doch nicht euer Ernst. Es kann doch nicht euer Ernst sein. Haha. Joshis Island wird ab Welt 4 richtig stressig, wa? Was soll das denn, hä? Was soll das denn, Luftballon? Wah. Oh Gott. Arras. Missiezイ. Alles klar. Wir tanks. Glückwunsch. Vielen Dank.